Hallöchen und willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem kleinen Kanal heute mit den Unusual Memes Nummer 243, die wir hoffentlich noch nicht gesehen haben, oder? Ne, ne, die haben wir noch nicht gesehen, ne, ne, die sind erst vor 5 Tagen online gekommen Gut, die haben wir noch nicht gesehen Link zum Original Video wie immer in der Videobeschreibung und jetzt Let's Go! Wir haben ein bisschen husten heute Oh nein Ähm Alter, was ist da los? Meow Witt Das ist ein Einmal Das ist ein Ich bin ein Eier Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ja Ja Cut Ich im Freibad. Das schwarze Schaf. Immer diese Obdachlosen, die vor den Geschäften rumlungern. Ich dachte erst, er haut irgendwas kaputt, aber so lange sich noch selbst weh tut. Das schwarze Schaf. 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 Die hauen ab. Ähm, wo hat er das Handy her? Das kenn ich. Das schwarze Schaf. 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 Nein. Wow. Wie? Ich bin so mentallich stabil, das ist verrückt. Ich habe BPD. Das Schweinchen ist irre. Hat ihn nur gestört. Wie? Das ist um... Hey, turn the AC off. Ja, I gotcha. Hast du nicht was vergessen? Yeah! Aha. Dude. No. Oh. But I still need a bit of milk, full fat, which I've warmed in the microwave. Why is she frozen? Microwave? The microwave? I'm tripping. What the fuck? That's right, do your job. I don't know what that looks like. Offenkotter. Oder so. Hm. Das waren die unusual Memes, oder? Ja. Wie gesagt, Link zum Original-Video in der Videobeschreibung. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Lasst ein Follow da. Und macht die Glocke an oder so. Damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn denn mal einer der seltenen, wunderschönen Livestreams stattfindet. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.